Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch gleich vier verschiedene Schutzhüllen für das iPhone 5 bzw. 5S vorstellen. Diese kommen alle aus dem Hause Spigen und wir schauen sie uns jetzt nacheinander mal an. Viel Spaß! Vorweg sei schon mal gesagt, dass alle vier Hüllen qualitativ wirklich super verarbeitet und auch zu 100% passgenau sind. Sämtliche Aussparungen sind gut getroffen, alle Knöpfe lassen sich weiterhin perfekt bedienen und so weiter. Los geht es mit dem Neo Hybrid X Slim Metal. Um den langen Namen mal auf den Punkt zu bringen, es geht um einen Bumper. Im Lieferumfang befindet sich der zweiteilige Bumper selbst, jeweils eine Schutzfolie für die Vorder- und Rückseite des iPhones und ein Mikrofasertuch zur Reinigung. Wie gesagt, der Bumper ist zweiteilig. Einmal haben wir da eine Art Unterbau aus Silikon und dann noch einen Rahmen, der in vielen verschiedenen Farben erhältlich ist. Das Anbringen ist ein bisschen knifflig, aber wenn man es dann geschafft hat, sitzt die Hülle einfach perfekt. Der Vorteil eines solchen Bumpers ist natürlich, dass das Design vom iPhone kaum versteckt wird, da man ja die komplette Rückseite frei hat, aber man trotzdem einen gewissen Schutz hat. Zu beiden Seiten haben wir ein leichtes Lay-on-the-Table-Design, sprich der Bumper steht etwas über und das iPhone selbst berührt beim Hinlegen nicht den Untergrund. Sehr cool ist auch, dass das iPhone kaum dicker wird und seine eigentliche Form beibehält. Dadurch hat man gefühlt immer noch ein sehr dünnes und formschönes Smartphone. Zu erwähnen ist noch, dass der Bumper nur mit dem originalen Apple Lightning Kabel bzw. mit gleich großen Lightning Steckern kompatibel ist. Die Stecker von Drittanbietern sind häufig etwas dicker oder breiter, da muss man dann einfach gucken, dass diese Kabel passen. Ansonsten kann ich diese Hülle ohne Einschränkung weiterempfehlen, der Preis liegt bei knapp 23 Euro. Weiter geht es mit der zweiten Hülle namens Ultra Hybrid. Die kommt von der Art her dem Bumper relativ nahe, allerdings haben wir hier noch eine durchsichtige Rückseite. Somit schützt die Case das iPhone also besser, versteckt aber ebenso wenig das geile Design. Im Lieferumfang befindet sich neben der Hülle noch eine Displayschutzfolie und zwei verschiedene Design-Einlagen, die man einfach in die Case hineinlegen kann, um somit einen anderen Look zu erhalten. Nutzt man eine davon, sieht man selbstverständlich nicht mehr die iPhone-Rückseite, die Möglichkeit ist aber in jedem Fall ziemlich cool. Bei dieser Hülle gefällt mir der Rahmen wirklich unglaublich gut, sowohl vom Design als auch von der Form. Das Ganze ist nämlich relativ eckig, aber zu den Seiten langsam abgeflacht. Dadurch liegt die Case wunderbar in der Hand und auch die Überdeckungen der Tasten sind echt stylisch. Der einzige Nachteil hierbei ist, dass die Kunststoff-Rückseite relativ anfällig für Kratzer ist und nach ein paar Wochen bzw. wenigen Monaten vermutlich nicht mehr so schön aussieht. In Anbetracht der Tatsache, dass die Ultra Hybrid Case lediglich 9,95 Euro kostet, ist das aber auf jeden Fall zu verschmerzen. Case Nummer 3 heißt Neo Hybrid und hat eine Art Soft-Touch-Oberfläche auf der Rückseite. Der Lieferumfang besteht lediglich aus der Hülle selbst, wobei dieser aus zwei Teilen besteht. Einmal diese Art Unterbau hier und dann der aufsteckbare Rahmen, der wieder in diversen Farben erhältlich ist. Der besagte Rahmen ist in meinem Fall rot, was recht gut, aber leider auch ein kleines bisschen billig aussieht. Da gibt es rein optisch auf jeden Fall hochwertige aussehende Farbvarianten. Nichtsdestotrotz ist alles passgenau und die Aussparungen sind gut getroffen. Die Hülle ist griffig und bietet ein recht gutes Feeling in der Hand. Hier gefällt mir besonders gut die Rückseite. Diese fühlt sich nämlich gut an und sieht auch noch klasse aus. Die Neo Hybrid Hülle kostet zwischen 19 und 22 Euro, je nachdem welche Farbe der Rahmen haben soll. Die letzte Hülle nennt sich Thow Armor und ist eher auf Schutz ausgelegt. Auch hierbei ist lediglich die Hülle im Lieferumfang, die erneut aus zwei Teilen besteht. Somit lässt sich der größte Teil der Rückseite bzw. der Außenkante abnehmen und gegen andersfarbige Teile auswechseln. Diese Hülle ist ein kleines bisschen dicker als die bisher gezeigten Modelle, bietet dafür aber auch den besseren Schutz. Durch die stark abgeflachten Kanten liegt die Hülle dennoch super in der Hand und hat einen hervorragenden Grip. Auf der Rückseite ist das Apple-Logo kreisrund ausgespart, was gar nicht mal schlecht aussieht. Das Lay-on-the-Table-Design ist bei dieser Case recht stark ausgeprägt, was dem Display auf jeden Fall zugute kommen sollte. Und wie immer sind natürlich auch alle Aussparungen super genau gemacht und die überdeckten Tasten lassen sich perfekt drücken. Die Thow Armor Case kostet ebenfalls ca. 22 Euro. Abschließend lässt sich sagen, dass alle Spiegelhüllen qualitativ sehr hochwertig und vor allem extrem passgenau sind. Welche Hülle euch am besten gefällt, liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Mir persönlich gefällt der Bumper und die Neo-Hybrid Case am besten, da sie beide gut aussehen und nicht zu dick auftragen, sodass das iPhone nach wie vor recht dünn bleibt. Dennoch mag ich auch die anderen beiden Hüllen sehr, da sie diese sehr schicken, abgeflachten Ränder mit dieser genialen Überdeckung der Tasten haben. Gerne könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, welche dieser vier Hüllen ihr am besten findet, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Falls ihr noch andere Meinungen zu den Spiegelhüllen haben wollt, bzw. teilweise noch eine andere Hülle sehen wollt, dann schaut mal bei iReview oder dem iPhone Major vorbei. Die haben ebenfalls ein Review zu verschiedenen Hüllen hochgeladen, die Links sind unten in der Beschreibung. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!